Leute, was ist mit euch los? Verdammt! Was ist mit euch los, Leute? Hallo, ich bin Can. Hallo, ich bin David. Hallo, das ist unfair. Das ist unfair. Sag jetzt deinen Namen. Nein, nein. Er ist Logans. Er ist Logans. Aber jetzt darfst du den Satz sagen. Nee, jetzt geh rüber. Komm, sag ich. Und wir kriegen jetzt was zu essen. Okay. Okay, cheers. Nimm den Baufen, schnipp den Buchen. Wie der Wikinger natürlich zusammenfliegt. Oh, das schmeckt nach Kopfschmerzen. Boah, ist das süß. Richtig süß. Das schmeckt nach Kopfschmerzen. Also wenn es nicht so süß wäre, wäre es ganz lecker. Nach einem zweiten Schluck geht das eigentlich. Was hat das denn? Wie für ein Drehung hat das? Elf. Elf? Ja, ja. Das ist weinmäßig, ne? Typisch. Ja. Alufolie, das hatten wir früher auch schon. Das denkt man immer gar nicht. Wollen wir es probieren? Ich weiß nicht, ich kann auch anders. Es sind Zwiebeln auf jeden Fall. Und es ist was Fleischiges dabei. Das ist irgendwie Fleisch, ja. Boah! Jetzt will ich nicht mehr. Das ist okay, das ist Leber. Das ist Leber. Das ist bestimmt gut für seine Leber. Ey, ne. Ey, ne. Ne. Wieso? Oh. Das, aber das hier sieht nicht mehr aus. Ey Leute, bitte kurz. Ey, sorry. Ja. Das kann doch niemand essen. Doch, doch. Die haben das für total... Das sind Eier. Aber was ist das? Ja, ich dachte auch gerade, das sieht aus wie Geschlecht. Das sind Eier. Ihr Kleidficker. Das ist auf jeden Fall. Das sieht echt so aus. Ihr seid doch das allerletzte. Habt ihr mir Eier jetzt auf dem Stück? Nein, das sind keine Eier. Die haben das nicht gemacht. So sind die nicht. Aber das ist vielleicht auch zu... Das ist Herzfern. Das ist nicht schlecht. Wobei, hätten wir das vorher gegessen, hätten wir uns überlegt, ob wir die nochmal drehen. Warum ist das so aufgepufft? Ist das... Ich bin wirklich gespannt. Das ist doch komisch. Warum hat man das so schlecht werden lassen? Oder was? Ah, ja. Was? Boah! Ohohohohohoho! Ohohohohoho! Leute, was ist mit euch los? Das ist... Verdammt! Was ist mit euch los, Leute? Das ist... Geh mal raus kurz. Das sei ... Ja komm, ist jetzt egal. Auf und ist es sowieso schon. Nur einfach durchs Mund ab fluoreshen. Ja, das mache ich jetzt auch. Oiiiiih! Ooooohohohohohohohohoho! Ohohohohohohohohohohohohohoho! Oh shit. Oh shit. Guck mal! Siehst du da was? Also schade, dass... Nein, ein Glück könnt ihr das nicht riechen, aber es ist wirklich unglaublich eklig. Oh ja! Halleluja. Ja, guten Appetit! Ich muss mehr Hände waschen. Und ich muss mehr Hände waschen.